Hallo und herzlich willkommen bei Metallkraft. Mit diesem Video möchte ich Ihnen gerne einen kurzen Überblick über unsere unterschiedlichen Gesenkbiegelpressenserien verschaffen. Unabhängig davon stellen wir jede Serie nochmal in einem separaten Video ausführlich vor. Wir beginnen mit unserer Einstiegsklasse, der GBP Basic. Die Maschinen der GBP Basic Serie sind mit Pressleistungen von 40 bis 400 Tonnen und Arbeitsbreiten von 1300 bis 6100 mm erhältlich. In der Standardvariante handelt es sich dabei um einfache Dreiachsmaschinen, das heißt, dass die Y1 und Y2 Achsen gesteuert sind. Das sind die Druckzylinder der Oberwange und die X-Achse, also der Hinteranschlag in Vor- und Zurückrichtung. Die ebenfalls im Standardlieferumfang enthaltene motorische Tischbombierung ist eine Hilfsachse und wird deshalb nicht als volle Achse gewertet. Auf Wunsch können die manuell in der Höhe verstellbaren Hinteranschlagfinger mit der motorischen Erdachse ausgestattet werden. Sowohl die Hinteranschlagfinger als auch die höhenverstellbaren Blechauflagearme sind auf Linearführungen gelagert und können manuell verschoben werden. Wir liefern die Maschinen mit dem Werkzeugsystem Promicam Armada aus. Standardmäßig ist eine Vierfachmatrize und ein leicht gekröpftes Oberwerkzeug enthalten. Je nach Pressleistung der Maschine sind somit bis 8 mm Materialstärke abgedeckt. Obwohl es sich bei der GBP Basic Serie um unsere Einstiegsklasse handelt, stammen bereits alle relevanten Komponenten von namhaften Herstellern. Der Sicherheitslaser und die Sicherheits-SPS zum Beispiel von Fiesler Elektronik, der Hydraulikblock von Bosch Rexroth und die elektrischen Komponenten von Siemens und Mitsubishi. Als Basissteuerung haben wir uns für die Sibylex SibTouch 12 entschieden. Die SibTouch 12 ist eine grafische 2D-Steuerung, bei der die Teile intuitiv übers Touchscreen eingegeben werden. Die Steuerung errechnet anschließend alle Achspositionen und die Biegefolge automatisch. Optional steht die DELAM DA58T zur Verfügung. Jede Steuerung stellen wir aber in einem separaten Video nochmal ausführlich vor. Als nächste Kategorie haben wir die GBP Pro Serie im Programm, die bereits für anspruchsvollere Aufgaben geeignet ist. Auch bei der GBP Pro Serie sind die Baugrößen mit Pressleistungen von 40 bis 400 Tonnen und Arbeitsbreiten mit 1300 bis 6100 mm verfügbar. Allerdings ist im Standardlieferumfang bereits die R-Achse enthalten, es handelt sich dabei also um Vierachsmaschinen. Im Gegensatz zur Basic Serie sind die motorischen Achsen nicht mit langsamen Drehstrommotoren, sondern mit schnellen Servoantrieben ausgestattet. Dadurch kann man bei Serienproduktion wesentlich schneller arbeiten. Für die optimale Konfiguration der Maschinen steht eine reiche Palette an Optionen zur Verfügung, zum Beispiel unterschiedliche Hinteranschlagerweiterungen, motorische Biegehilfen oder hydraulische Klemmsysteme. Bei der Pro Serie stehen als Steuerungen die DLAM 58T und die Sibylec SibTouch 15 zur Verfügung. Optional können die Maschinen auch mit der DLAM 66T ausgestattet werden. Es stehen aber auch die 3D-Steuerungen von Sibylec oder DLAM zur Verfügung, bei denen DXF-Dateien, STEP-Dateien oder IGES-Dateien importiert werden können. Die GBP Plus ist die High-End-Serie, die unser Abkantpressenprogramm abrundet. Bei der GBP Plus Serie wurde auf eine sehr schwere Konstruktion Wert gelegt. Dadurch arbeiten die Maschinen sehr laufruhig und liefern auch bei permanenten Arbeiten an der Leistungsgrenze perfekte Biegeergebnisse. Zudem werden bei der GBP Plus ausschließlich Premium-Komponenten namhafter Hersteller verbaut. Das dient auch der hohen Verlässlichkeit und Verfügbarkeit. Neben den Standardbaugrößen mit Druckleistungen von 60 bis 600 Tonnen und den Arbeitsbreiten mit 1250 bis 6000 mm, können auch Sondermaschinen gefertigt werden. Größere Einbauhöhe, höherer Kolbenhub, tiefere Ausladung, Sonderwerkzeugaufnahmen, Schwerlastwerkzeugaufnahmen. Bei der GBP Plus Reihe sind nach oben hin fast keine Grenzen gesetzt. Wir haben für jeden Bedarf die passende Maschine und Programm. Wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.